Ein ganz herzliches Grüß Gott, liebe Zuschauer von Tirol TV, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ja, das ist unser Land, genauer gesagt zur AK Tirol Tour 2019. Wir sind heute wieder in Ischgl und ich weiß schon, es ist eher Saisonende für die Skifahrer. Deswegen begeben wir uns heute nicht auf die Piste, sondern wir schauen mal hinter die Kulissen der Silvretter Seilbahn AG. Und ich kann euch sagen, da werden wir einiges erfahren, was für euch von Interesse sein könnte. Natürlich treffen wir Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl und wir schauen uns einmal an, wie bei der Silvretter Seilbahn AG ganzjährig gearbeitet wird. Und ihr seid dabei, ich freue mich. Liebe Zuschauer, wir befinden uns jetzt in einem Bereich, da kommt man normalerweise nicht her. Aber wenn man einen Betriebsleiter mithat, dann kann das schon mal passieren, dass man sich im Revisionsbereich wiederfindet. Der Reinhard ist der Betriebsleiter hier von der 3S-Bahn. Wir haben jetzt gerade eine Gondel, einer von uns sehen. Reinhard, erzähl uns, was passiert auf diesen drei Ebenen? Ja, wir sind jetzt im Revisionsbereich von der 3S-Bahn. Er streckt sich über drei Ebenen, ganz oben auf der Ebene, wo wir jetzt sein, wird das Laufwerk und die Klemme komplett revisioniert. Eine Grundrevision gibt es jedes Jahr im Herbst. Und innerhalb von fünf Jahren werden alle komplett zerlegt und die Verleihsteile ersetzt und wieder zusammengebaut. Wie viele Personen, wie viele Menschen arbeiten da in der Revision? Bei der Revision da, bei dieser Kabine haben wir drei Personen im Einsatz. Und dauert zum Beispiel die komplette Revision mit allem zu legen und alles komplett zusammenbauen, circa vier Tage pro Kabine. Und wie viele Kabinen haben wir? 31 Stück. Da hat man ein bisschen was zu tun. Erwin, normalerweise packen wir ja auch an, aber uns ist diese Arbeit zum Revisionieren doch ein bisschen zu hakel, oder? Vielleicht auch zu gefährlich unter Umständen. Aber ich finde es natürlich auch ganz toll, dass da eine Anlage geschaffen wurde, die ein tolles Service ermöglicht. Aber auch die Möglichkeit, dass die Arbeitnehmer da innen arbeiten können und nicht außen bei der Witterung. Und das natürlich ist eine tolle Geschichte. Und ich freue mich auch total, weil ja viele Berufe im Prinzip da zusammenwirken. Aber ich glaube, da gibt es ja auch jetzt was Neues für die Seilbahnen. Ja, seit einigen Jahren haben wir jetzt die Möglichkeit, Seilbahntechniker auszubilden. Es ist ein eigener Lehrberuf. Es ist sehr vielschichtig, geht von Elektrik, Elektronik, Pneumatik, Hydraulik und Mechanik über alles drüber, Seilbahnbezogen. Zuerst war es jetzt eher so, dass man hat Mechaniker, Elektriker, Schlösser im Einsatz gehabt. Hat die Reihen am Wifi oder am BFI ausgebildet zum Maschinisten. Und dann natürlich auch noch beim Seilbahnhersteller in die diversen Spezialkurse geschickt. Ja, eine tolle Weiterentwicklung, muss man sagen. Und ein hochinteressanter Tag, den wir hier verbringen. Wir werden jetzt auch ein bisschen was erfahren über eine sogenannte Qualifizierungsoffensive, die hier von der Silvretta Seilbahn AG initiiert worden ist, um die Leute zu schulen und um auch ein paar Anreize zu schaffen. Wir sitzen da in der Fimba. Diese Gondel wird uns jetzt auf die Mittelstation Richtung Idalp bringen. Und zwar mit dem ehemaligen Vorstand, mit dem Hannes Barth und mit einem der beiden neuen Vorstände, mit dem Günter Zangerl. Und mit dem Erwin nicht miteinander verwandt, haben wir schon geklärt. Hannes, kannst du uns ein bisschen über die Gesamtmitarbeiter-Situation aufklären als seine beeindruckende Zahlen? Wie viele Menschen sind bei euch ganzjährig und auch saisonal angestellt? Ja, ich glaube, als unsere Vorfahren begonnen haben, dieses Werk zu schaffen, hätten sie sich nicht gedacht, wie sich es entwickeln kann. Wir haben inzwischen im Skigebiet, wir sind zwei Gesellschaften, Ischgl und Samnaun, wobei wir in Samnaun mehrheitlich auch beteiligt sind, über 700 Mitarbeiter beschäftigt. Und speziell im Seilbahn-Bereich sind wir sehr froh, dass wir fast alles einheimische Kräfte haben, die auch sehr breite Ausbildung haben, wo wir auch diesen Seilbahn-Techniker inzwischen haben, auf den wir sehr stolz sind, wo wir uns auch sehr eingebracht haben. Und dann haben wir einen zweiten großen Bereich, den Restaurant-Bereich, wo wir uns schwer tun, einheimische Mitarbeiter zu finden, was eine natürliche Situation ist, weil eben die Leute bei uns selber Betriebe haben und in ihren eigenen Betrieben arbeiten. Aber auch hier haben wir speziell die Schlüsselpositionen alle mit Einheimischen besetzt. Ja, ich würde sagen, da lacht das Herz des Präsidenten. Also was hört man eigentlich gern? Ja, man hört es gern. Erstens einmal ein Betrieb, der tadellos funktioniert, der also absolut zukunftsfähig ist, was ja auch eine gewaltige Bedeutung hat in der Region Landig im Besonderen. Aber eben natürlich, dass auch ganze Arbeitsplätze auch für Einheimische geboten werden, das ist eine tolle Geschichte. Und da bedanke ich mich auch bei den Saalbahnen, dass sie da auf die Leute schauen. Vielen Dank. Danke auch. Günter, vielleicht ganz kurz. Du hast jetzt doch eine sehr verantwortungsvolle Position, bist aber ein Quereinsteiger. Was glaubst du, wie viele Jahre braucht man denn, dass man sich da als Vorstand so sicher und so gut fühlt, dass man sich auf die nächsten Jahrzehnte des Arbeitens freut? Ja, ich habe natürlich schon sehr große Fußstapfen, die ich ausfüllen sollte. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt mittlerweile ungefähr drei Jahre noch nicht ganz im Betrieb und habe schon das Gefühl, dass du langsam, aber sicher die Abläufe kennst, die Mitarbeiter kennst. Und ich habe auch einen sehr engagierten und guten Kollegen im Vorstand, das ist der Markus Walzer, der den technischen Bereich, ich würde sagen, perfekt abdeckt. Und demzufolge sind wir, glaube ich, ein gutes, junges Team, das hoffentlich die erfolgreiche Arbeit unserer Vorgänger, zu denen auch der Hannes gehört, weiterführen können. Und wir sind hier schon in der Mittelstation, also perfekt, da kannst du es nicht machen. Musik 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 Wir sind hier schon ein bisschen so im Herzen auf der Id-Alb des Einsatzbereiches und der Betriebsratsobmann seit vielen, vielen Jahren ist auch hier tätig in der Lawinenkommission. Wo sind wir da ganz genau, Thomas? Ja, wir sind da in der Einsatzzentrale, beziehungsweise wo wir die ganzen Sprengarbeiten über den Computer, wir haben ja Sprengmasten, 64 Sprengmasten und 34 Gasexanlagen, die können wir alle über den Computer auslösen. Und das ist eigentlich unsere Einsatzzentrale. Und du bist in der Lawinenkommissionierung, also du bist auch für diese Geschichten nicht zuständig. Wie viele Leute seid ihr da? In der Lawinenkommission sind wir fünf Leute, wobei jeden Tag mindestens drei davon im Dienst sein müssen. Du bist ja nicht nur in der Lawinenkommission, sondern auch noch Betriebsratsobmann und das schon seit sehr vielen Jahren. Worin siehst du da deine Kerntätigkeiten? Was ist dein Aufgabenbereich in diesem Unternehmen? Ja, meine Kerntätigkeiten, wie Sie gesagt haben, ich bin jetzt schon das 17. Jahr Betriebsratsobmann im Betrieb. Wir sind eigentlich zu sechst. Ich habe noch eine Stellvertreterin, eine Frau allerdings. Und wir schauen, dass wir mit den Vorstellern und dass es unseren Mitarbeitern im Betrieb eigentlich relativ gut geht. Aber wie es momentan ausschaut, sind wir am guten Weg. Und unseren Mitarbeitern geht es eigentlich relativ gut. Sie bekommen ja einiges vom Betrieb gestellt. Und ja, wie soll ich sagen, oftmals hat man schon ein bisschen einen Kampf auch mit unseren Chefs, sagen wir mal so. Aber eigentlich im Großen und Ganzen gehen wir den immer im Guten auseinander und finden eine Einigung, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Deswegen steht auch der Stefan Schell jetzt von der AK bei uns. Du bist praktisch beim Betriebsratsservice. Und kann man das ja sagen, wenn es zwar wenig miteinander zu tun hat, dann läuft es eigentlich recht gut. Ich glaube, das hast du richtig gesagt, Hubert. Wenn wir nichts zu tun haben, ist es immer gut. Wenn wir einmal kommen, geht es nachher meistens der Halt. Wo sind deine Kernbereiche? Also wofür bist du zuständig? Und wie kann man sich an die wenden? Ich bin sowieso telefonisch immer erreichbar. Ich habe das Gebiet Tirol-West, das heißt von St. Anton am Erlberg bis auf Innsbruck. Ich betreue 280 Betriebsrätinnen und Betriebsräte und unter anderem auch der Walzer Thomas da inischt. Und die Menschen kommen zu dir, wenn der Hut brennt? Oder gibt es da auch sehr viele Informationen, die man vielleicht auch an die Betriebsräte weitergeben kann? Ja, natürlich. Informationen geben wir weiter, wenn der Betriebsrat eine Frage hat, ob das arbeitsrechtlich ist oder im Sozialrecht. Dann werden sie von uns beantwortet. Natürlich, ich bin jetzt kein Jurist. Ich kläre das dann ab in unserer Abteilung in Innsbruck und dann überbringe ihm die Nachricht, ob das arbeitsrechtlich ist oder auch im Sozialrecht. Man darf sagen, wünsche ich euch, dass es weiter so gut auskommen ist miteinander. Vielen Dank für das Interview und noch eine gute Saison. Danke schön. Wir haben heute schon ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, dieses beeindruckenden Skigebiets. Jetzt sitzen wir in der Verweilstube, denn gemütliche Platz gibt es hier bei der Silvretter Seilbahn AG in Ischgl. Genug in der Verweilstube auf der Idalp. Günther, lass uns bitte noch zu einem ganz interessanten Begriff kommen, über den wir heute schon öfter was gehört haben. Die Qualifizierungsoffensive. Kannst du uns erstens ein bisschen erzählen, was da dahinter steckt? Und zweitens auch zur Mitarbeitergewinnung, zur Lukrierung von guten Mitarbeitern ein bisschen was erzählen? Ist ja nicht so einfach. Ja, also auch wir als Silvretter Seilbahn AG merken zunehmend, dass es schwieriger wird, gut qualifizierte, gut ausgebildete Mitarbeiter zu bekommen. Und offenbar einer der Gründe, wieso eben Mitarbeiter sich schwerer tun, zu uns zu kommen oder sich das auch überlegen, ist, dass man immer gesagt hat, ja, es bringt mir eigentlich relativ wenig, wenn ich zusätzliche Qualifikationen erwerbe, wenn ich Tätigkeiten ausübe, die mit mehr Verantwortung verbunden sind, unterm Strich netto bleibt mir da eigentlich zu wenig übrig, dass ich einen Anreiz habe, so etwas zu machen. Das war der Ausgangspunkt. Wir haben uns da letztes Jahr dann zusammen mit dem Betriebsrat auch Gedanken gemacht, wo könnten wir ansetzen und haben dann eben diese von dir angesprochene Qualifizierungsoffensive gestartet. Heißt nichts anderes, wir haben Anreize geschaffen, zusätzliche Qualifikationen, zusätzliche Ausbildungen zu machen, indem wir bei den Löhnen da doch merklich quasi angezogen haben. Das heißt, diese Lohnerhöhungen, die wir da schrittweise, also je nach Qualifikation, da im Herbst eingeführt haben, die bewegen sich so zwischen dreieinhalb und zwölf Prozent, also zwölf Prozent quasi bei der höchsten Ausbildung oder bei der Ausbildung, wo am meisten dahinter steckt. Das ist bei uns dieser Doppellehrberuf, Seilbauntechniker, Elektrotechniker, und das ist doch schon ein Anreiz für unsere Mitarbeiter, sich für diese Qualifizierungsmaßnahmen zu interessieren und auch so eine Ausbildung einmal anzugehen. Was ja oft passiert, man macht sich Gedanken, auch als AG, wie man die Mitarbeiter besonders motivieren kann und dann kommt das aber bei den Mitarbeitern eben zum Teil nicht an oder wird auch nicht wahrgenommen. Habt ihr da schon ein erstes Feedback von euren Mitarbeitern? Ja, das wird bei den Mitarbeitern natürlich sehr wohl gesehen, dass man in diesem Bereich was tut. Wir haben, wie gesagt, grundsätzlich merken wir auch, dass es schwieriger wird und das ist eben ein Punkt, wo wir glauben, dass wir ansetzen können und dass hier ja auch sehr wohl, wenn es dann, sage ich mal, um fast zwölf Prozent Lohnerhöhung geht, der eine oder andere schon sich denkt, ja, das wäre jetzt eine Ausbildung, ich bin ein junger Mensch, mich interessiert das, das könnte zum Beispiel jetzt im Herbst einmal beginnen. Also wir haben da schon jetzt einige, die auf diesen Zug aufspringen und wir hoffen natürlich, dass uns ja diese Maßnahmen, die ja als Betrieb auch einiges wir uns kosten lassen, dass die dann auch spürbar werden. Da hat man überhaupt das Gefühl, Erwin, dass wenn man in einem Betrieb in dieser Größenordnung ist und sich betriebsintern viel abspielt, dass das eine gesunde Entwicklung ist, was auch ganz in eurem Interesse ist. Ja, ich glaube, die Silvaretta Cyber AG ist ein positives Beispiel, einmal was die Zukunftsentwicklung betrifft, aber auch die Zusammenarbeit im Betrieb. Da arbeiten also die Chefs plus Betriebsrat an einer gemeinsamen Strategie, sowohl was Ausbildung betrifft, was auch die Sicherung praktisch der Arbeit vor Ort betrifft, aber auch natürlich an der Zukunft. Das haben wir heute auch feststellen können, top technisch ausgestattet, wirklich ein Paradeunternehmen, wie man es auch selten in ganz Europa, aber auch in Tirol findet. Und da kommen wir an und für sich nur gratulieren dazu. Und ich glaube auch, du bist ja auch berufen, die Zahlen bekannt zu geben, die wirklich unglaublich toll sind und wo man wirklich Danke sagen kann und gratulieren. Ja, danke. Zunächst einmal darf ich sagen, dass es uns sehr freut, wenn der Arbeiterkommapräsident zu uns kommt, das ist eine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern, aber auch gegenüber dem Management. Wir haben uns sehr gefreut, dass du heute da bist und dass wir jetzt vielleicht noch eine schöne Besichtigung alles haben. Und die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Ich sage immer, wir haben nicht unbedingt das größte Skigebiet, aber mit Sicherheit das schönste. Das drückt sich dadurch aus, dass wir immerhin über zwei Millionen Besucher pro Jahr haben, die über 24 Millionen Beförderungen bei uns machen, die alle sicher befördert werden, auch dank unserer Mitarbeiter. Und wir haben auch die Möglichkeit, immer sehr viel zu investieren. Auch deswegen, weil unsere Aktionäre auf die Ausschüttung von Dividenden verzichten. Das muss man auch einmal lobend erwähnen. Also wir sind keine Kapitalisten, wo sich einige den Sack vollstopfen, sondern das Geld bleibt alles im Betrieb, wird investiert und diese Investitionen sichern auch die zukünftigen Arbeitsplätze. Da muss man sehr vielen Leuten auch danken und ich glaube, wir haben eine gute Voraussetzung auch für die Zukunft. Ja, liebe Zuschauer, ihr habt es gehört, es gibt genug Gründe, heute auf die Silvretter Seilbahn AG und auf diese gemütliche Runde anzustoßen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe unserer Ja, das ist unser Land Reihe und der AK Tirol Tour 2019. Und euch beiden natürlich gute Geschäfte noch für die Restsaison. Und ihr alles Gute. Dann würde ich sagen, zum Wohl, die Herren. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.